Modeillustrationen ist natürlich ein Fach, wo sich alles ums Zeichnen dreht. Es geht um Illustrationen und um Präsentationszeichnungen. Anfangen tut man mit einem klassischen Aufbau einer Modefigurine. Wir lernen den Aufbau von Körperhorns. Die zeichnet man richtig in der Perspektive, vor allem in Bekleidung, Körperproportionen. Und dabei kriegen wir Aufgabenstellungen, zu denen wir dann verschiedene Figurien aufbauen müssen und damit unser eigenes Ziel gestalten müssen.